Joine jetzt dem offiziellen Chun-Wig-Community-Discord. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und vergiss außerdem nicht, den Creator-Code Chun-Wig im Item-Shop einzutragen, um in jeder Runde einen epischen Sieg zu holen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, Leute, was ist denn, was ist denn auf? Jetzt auf! Wir machen euch schon ab. Leute, wir versuchen heute wieder die Challenge. Wir bauen eine Skype-Ex-Versuchen zu gewinnen, zu zweit diesmal. Warte, ich mach ne kurze Taktik. Um Lama zu finden? Ja. Wo landen wir denn? Wo gibt's denn viel Match von allem was? Warte, warte. Janel sucht jetzt Lama. Ich such Lama-Chill. Wir müssen halt irgendwie eine Skype-Ex-Versuchen. Und Leute, die Regel sagt diesmal, wenn wir meine Router geschossen sind, dann trotzdem im Sekunden ist die Challenge bestanden. Wenn nicht, drehen wir so lange, bis wir schaffen. Ach, wir brauchen keinen Namen. Ich hab einen! Verhören. Ich lande hier oben. Janel, ich verhöre den kurz. Wo ist der andere? Wo ist der Gegner? Keine Ahnung. Ich hab einen Splasher. Mach dir viele Match-Sturz-Polster sind sehr wichtig. Ich hab welche. Sturz-Polster? Ja. Ja! Ja! Jem hat zwei Kills, ja. Jem ist einfach ein Bratan in diesem Spiel. Merkt ihr das? Komm. Sky Base! Wir machen eine Sky Base. wir brauchen beide ungefähr 3000 metze schon bewusst lass den leuchtturm von da aus hoch bauen oder? reichen die metze dann aus? reichen die metze dann überhaupt aus? aber wenn wir beide so 2000 haben vielleicht schon ich hab nen jump pad, wichtig! hä? ich hab nen jump pad nice noch 4 splasher zum hirn ne? ja man hat noch nen medikillt und warteplatz ja auch noch 1 zum hirn fahren lieber metze noch metze flashies ich suche mal metze man! ich hab was nen bounce tiger play, egal! ich hab was nen bounce tiger play, egal! ok ich hab jetzt insgesamt 2500 metze ok wir bauen uns hoch lass leuchtturm, lass leuchtturm bitte ich baue noch hier alles ab ich baue schon mal hoch ok? ok ich komm nimm nicht seinen medkent mit einfach so leute wir fangen jetzt gleich schon an die dinge zu bauen wie heißt das? geil bist ne? oh scheiße auch ich komm soll ich nur jump pad zu dir nein ok ich baue schon mal hoch du musst leuchtturm hochlaufen ich hab 2 medikits ich hab 2 medikits das schaff ich easy mach ich baue erstmal hier oben nach so hoch weil die sehen unsere skybase um die zwei jahre hab ich wieder abgekackt dass die skybase macht ich glaub ich schaff das nicht ich bin eh bllenlos freundlich sicher ich schaff das nicht sage ich doch ich hab 2 jump pad einfach wir brauchen das jump pad eh nicht mehr doch ich habe ja noch eins ich habe ich vergessen wir schaffen das oh mein gott du brauchst voll cringe und du hast das gerade extra aber du hast da auf einmal so voll komisch gebaut was für voll komisch hier habe ich einen fisch wenn nicht jump ich bin bei 22 und jump hätte da ja noch ein bender okay hat sie gerade unten kein boden auf einmal hier so die weite ich halt du schaffst das nicht doch ich raste aus doch du schaffst das ich werde ausgas hätte es nicht geschafft mein gott da schon mal weiter bauen pass auf bitte pass auf was du machst jump hätte war das fast kaputt gemacht durch mal weiter ich habe angst dass sie uns sehen du 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 мне deine platte Brauchst du Munition? Ich habe genommen. Hast du nichts, Mum? Nein. Nimm die weg, damit du schießt. Wie weiß man. Oh, ich hab. Brauch nicht, brauch nicht. Hier, nimm meine Mets. Gib mir nur Holz. Warte, komm her, nimm auch Hartmets. Ich werde die nicht. Weil, woher kennst du das Wort Hartmets? Hör auf! Hör auf! Hör auf damit. Warte, mach nicht. Brauchst du ein Dingspolster oder hast du noch welche? Ich hab zwei Stück, ich brauch nicht. Ich wollte gerade aus Versehen ein Dings runterpolster. Nein, aber... Oh, ich hab so Angst. Willst du wieder so unterbauen, wie da vorne weiterbauen? Nein, da vorne. Wir müssen noch schief laufen. Ich hab die ganze Mets fast gegeben. Ich hab die ganze Mets fast gegeben. Du hast genug, du hast genug. Bau weiter, bau weiter. Leute, wir wechseln kurz die Szene. Ey, Can, du so ein Idiot. Hör auf! Can, war das nicht lustig? Hör auf damit. Okay, okay. Okay. Can wollte mich runter schießen. Wo bist du überhaupt? Warum sehe ich die da unten? Leben noch, Can. Okay, okay. Aber ich bau keine Kondo-Boom. Ja, was soll ich machen? Ich hab Angst. Ich schaff das eh nicht. Ich hab zu wenig Mets. Ich seht hier niemand. Guck mal hoch, wie das aussieht. Man sieht das kaum. Warte, wo ich bin, sieht man deine Base nicht. Man sieht zwei Platten. Ich schwör, man sieht das nicht. Guck mal, man sieht das einfach nicht. Außer man sucht da rein. Mir wieder zu. Ich bin zu wild, ich muss unseren Arsch machen. Es sind nur noch zwei andere Duos. Ey, wir schaffen das. Geh auf Heel auf, obwohl geht nicht. Ey, als ob das klappt. Mit was soll ich auf Heel aufgehen? Boah, ich würde halt am liebsten zu dir hochkommen. Aber geht nicht. Du hast den ganzen Heel. Ja, wenn noch ein Du lebt, krieg ich die Fighten, oder? Chill ein bisschen. Shit. Ich will, dass du hier oben gewinnen. Die Fighten. Schieß gleich einfach Rockets runter. Darf ich jemanden abschießen? Nein. Nein. Ah, mimo. Ich sniped niemand. Warte, guck mich Pushnabi. Was soll ich machen? Du hast genug, Mads. Ich hilf fit. Das Catchy Corner Loot. Meine Rocket. Kommt ihr überhaupt an da unten? Kam die an bei dir? Die Rocket. Warte, die kommt gerade. Ich hab mich mal getroffen. Alter John, ich hab nur noch... Ich töte den, okay? Töte auf jeden Fall nicht zu viele. Weil der letzte darf auf jeden Fall den... Der gibt auf, hä? Hä? Hast du den getötet? Ja, das Catchy Corner Loot. Catchy, wie hochkommen? Ich hab diese krasse Pump. Du bist außerhalb der Sohn. Ich werd runtergeschossen. Wallah? Wallah. Okay, jetzt müssen wir den Sieg holen. Hast du Raketenarm Munition? Arbe pushnabi nicht, warte schon. Der, der, ich hab mal auf den gelandet. Er haut ab. Er haut ab. Er haut ab, er haut ab. Steht auch nicht auf und rum. Arbe, geht hin. Der ist nicht on shot. Der hat's nicht on shot. der hat mich gekocht der hund der ist one shot der ist tot an Gegner schnell winst boah ich hab kein links life hätt mir grad auf kein green life gut gut was warte pp guck ich den outplay den jetzt nein ich guck jetzt erstmal looten tschüss wie viel mats hatte der im wasser geht das nicht gut im wasser geht das nicht gut hä? ich wollte den out of zone kicken naja jungs ist die challenge jetzt bestanden oder nicht was sagst du? ja aber das war ein bisschen fail warum fail? du bist schon vorher runter gefallen und keine ahnung du meinst doch wenn wir runter geschossen werden und die dann kehlen dann zählt das noch wenn du meinst dann war es halt so ja ist doch so oder nicht wenn du meinst dann ist es halt so wenn ich mein das stimmt alles und ich sag ich bin dünn dann bin ich fett also stimmt das nicht was du sagst also machen wir jetzt mal eine runde ja ok mach das noch dran leute das ist das auf jeden fall mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo und aktiviert die die Glocke ist jetzt fast jeden tag ein Papp wir werden den wahrscheinlich fast jeden tag auch streamen scheiß vorbei allen sind aufm weg zum 100k und passt auf euch auch bis zum nächsten mal und tschau